Arda Paschimathanasana ist die halbe Vorwärtsbeuge. Tana heißt Dehnen, Paschima heißt Westen, bezieht sich auch auf den Rücken. Paschimathanasana heißt die Dehnung des Rückens. Interessanterweise sprechen wir im Deutschen von Vorwärtsbeuge und im Sanskrit von Dehnen des Rückens. Paschimathanasana ist das gleiche wie Paschimathanasana, wobei Paschimathanasana noch intensives Dehnen beinhaltet. Arda heißt halb und damit mit einem Bein. Felix zeigt eine der vielen Variationen von Arda Paschimathanasana. Sitze mit einem Bein gestreckt, beuge das linke Knie, gib die Fußsohle an die Innenseite des rechten Oberschenkels, hebe die Arme beim Einatmen hoch und beuge dich über das rechte Bein. Diese Stellung hat viele Namen. Sie heißt unter anderem Janushirshasana oder auch Ekajanushirshasana. Sie heißt auch Arda Paschimathanasana oder Ekapada Paschimathanasana oder heißt auch Mahamudrasana und vieles andere. Diese Stellung hilft die Flexibilität im Bein zu entwickeln, hilft eine innere Einstellung der Ruhe, der Geduld und des Gleichgewichts zu entwickeln.